Ich hatte schon kurz Angst, dass hier ein Mapping-Fehler wird. Es wird dunkel. Wir sollten vielleicht ein Lager aufschlagen, bis morgen warten. Aber wir haben nur noch wenig Zeit. Ich habe Fackeln bei mir. Wir könnten so... Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eroberung. Ja, wir sind hier gerade da, wo sich der Weg trollt. Trollt, ja, wo sich der Weg trollt. Nee, wo sich der Weg trennt. Und hier nach unten, äh, nee, Game-Breaking-Event. Und ich war jetzt auch zu faul, da zu schauen, ob ich das irgendwie im Ding repariert bekomme, Maker. Wer da Näheres zu wissen will, schaut einfach im letzten Part. Da war auch mal wieder der Bug-Magnet-Wirbel, deswegen auf dem Thumbnail. Weil, ja, schöner Game-Breaker drin, ne? Kennt man ja. Okay, deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach oben und hoffen, dass wir nicht nach unten müssen und das Spiel dementsprechend auch durchspielen können. Schauen wir mal. Halt! Hier kommt ihr nicht vorbei. Entweder ihr gebt euch euer Geld oder wir nehmen uns euer Leben. Ihr seid uns im Weg. Und damit das klar ist, ihr bekommt nichts von uns. Ja, das werden wir ja noch sehen. Ja, ja, werdet ihr. Wir haben euch schon mal erledigt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was hier so gut war. Ich nehme halt den Wirbel. Ich würde sagen, doppelt Held besser. Oder was haben wir hier? Dunkle Erde. Ja, komm. Hier nehmen wir natürlich die Helix. Und dann let's go. 50 Ausdauer. Sehr schön. Und erledigt. Wird zu steil. Und dann hau rein. Kannst du mehr frei. Komm schon. Geh kaputt. Sehr schön. 500 Erfahrung, 200 Euro, Venditenschuhe. Er trägt den Level ab. Sehr schön. Ach du Schreck. Die sind ziemlich stark. Ich warne besser den Boss. Ja, mach das mal. Und ich heil mich besser mal. Ihr kennt das ja. Und dann kann ich da auch gleich noch einmal speichern. Säden und so. Ihr wisst Bescheid. Lass mal weiter gehen. Werden schon zehn. Wohin wir, äh, ja, zehn. Ne, keine Ahnung, wohin uns der Weg hier treibt. Let's go. Oh, da sind nochmal welche. Okay. Haben wir hier irgendwas Schönes? Nö, nicht so. Ja, komm, nehmen wir sie mal mit. Wir können ja gleich nochmal safen zu Nord. Oh, Diebüberraschung. Aber es sind EP und die darf man hier nicht einfach so, äh, ja. Und EP-Klassen. Wirbel lohnt hier auf jeden Fall. Dunkle Erde. Let's go. Geisha nach der Helix. Let's go. Ah, schade. Oh, Alan kommt sehr gelegen. Ah, schade auch nicht. Na gut. Möchtet ein Ziel. Ja, versuch's halt. Hm, hm, hm. Kann ausweichen. Oh, ungünstig. Was? Wieso können die jetzt auf einem einem ausweichen? Was soll das dem? Nee, ist aber nicht so cool. das finde ich ja sehr schön okay sehr schön mond heulen okay darauf gleich noch mal kurz zurück zum save point was danke ach so das war nur dieser zwischengang aber ich spare mir jetzt einfach mal ein bisschen die hp und mp dinger ihr kennt das ja von mir ihr seid es doch schon gewohnt dass der olle hier sich alles irgendwie aufhebt was nicht mit und nagefest ist obwohl er weiß dass das ganze zeug sehr fair verteilt ist aber sicher sicher und es dauert ja auch nicht lang das ist ja alles kein ding so und jetzt let's go ich mache mir auch noch glatt überraschung warte 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 nee er hatte nicht das volles geheil okay dann hatte das hier unser unser wolfie verbeißt sich das heißt wir haben dann ein automatisches angreifen kulesen von dem wir gar nicht wissen wann er den skill jetzt einsetzt aber er kann ihn halt okay meinetwegen ich mach kaputt sehr schön na also geht doch ich hab das vorbei freut euch sehr schön und level up okay wir gucken gleich mal was sie so was gilt von unserem belltor oder wie er hieß jetzt da eigentlich machen kann ist wie ist denn noch mal b tor nicht belltor erfasst aber dann kann er trotzdem ihr mond hollen gegen bewegungseinschränkende effekte ach krass okay sehr interessant hätte ich jetzt so nicht erwartet dass wir dann von einem automatisch angreifenden mitspieler hier die effekte trotzdem manuell einsetzen und dann kommt das speichern wir sogar auch ich meine wer erwartet das denn ich zumindest nicht und wo kommen wir denn dahin ich wiederhole ja wo kommen wir denn dahin erwartet einer ist mir gerade mal egal wir haben schon zwar mitgenommen wir können jetzt hier ja danke für wieder mal schlechtes mapping wir sind ja kummer gewohnt von diesem spiel du musst doch jetzt langsamer beim ost landen hallo ja wo ist er denn oh ich kann mich nicht bewegen ist hier event okay ich hatte schon kurz angst dass hier ein mapping fehler wird es wird dunkel wir sollten vielleicht ein lag aufschlagen bis morgen warten aber wir haben nur noch wenig zeit ich habe fackeln bei mir wir könnten so es ist unklug müde in den kampf zu ziehen ellen wenn du meinst in ordnung lass uns einen sicheren ort aufsuchen okay hier vielleicht so das feuer brennt ist vielleicht nicht die angenehmste stelle zum schlafen aber zumindest wird uns nicht kalt werden ja alles in ordnung ich erfahre von einem tag auf den anderen dass du noch lebt und gemeinsame sache mit einem mörder machst und da fragst du noch ich verstehe dein bedenken und dass du vielleicht sauer auf mich bist aber auch äh auch was auch aber du musst verstehen dass ich keine andere wahl hatte nachdem ich frei kam war mein erster gedanke zu euch zurückzukehren und euch alles zu erzählen aber ich habe schnell erkannt dass es unmöglich war ich hätte euch nur in gefahr gebracht und das wollte ich nicht so habe ich entschlossen euch euer leben zu überlassen und versucht selbst einen weg zu finden um mit diesem problem fertig zu werden aber meine mutter und ich hätten dich beschützen können das gefühl wieder eingesperrt zu werden gefiel mir nicht und außerdem wäre ich dort nicht sicher genug gewesen du solltest jiva nicht unterschätzen sie ist ein äußerst gefährliches miststück und immerhin hat sie es geschafft soweit ich mich erinnere hat dein auch so toller freund meiner mutter getötet und das völlig eigenständig wenn ich ich gebe zu dass ich nicht viel über ihn weiß und dass ich was er getan hat verurteile aber eines weiß ich genau er hat sich geändert und er weiß dass er für das was er getan hat bestraft werden muss wenn dem so ist wieso hat er sich dann nicht schon vor langer zeit gestellt weil er ein versprechen an meine mutter gab bevor sie starb mitsche von dieser hexe zu beschützen um jeden preis warum sollte sie das tun nachdem er ihren geliebten deinen vater getan hat äh getötet hat adrek ist bestimmt unschuldig ich weiß zwar nicht was wirklich passiert ist weil ich zu der zeit noch ein gefangener war aber er hätte ihn bestimmt nicht getötet da ist vielleicht etwas das du noch nicht weißt aber du sprichst davon dass er ein schock war ist nicht wahr du weißt es also schon aber woher seine aura ist ganz anders als die deinige aber ich habe seine augen gesehen deshalb trägt er diese brille ich habe mich schon gewundert wieso er plötzlich so anders riecht wieso hat er mir nichts darüber gesagt du verteidigst jemanden den du nicht kennst Alan jemand der schweigt hat vermutlich ein gewissen aber das ändert nichts an dem was er getan hat lass uns jetzt schlafen gehen ich konnte kaum schlafen was wenn Warren recht hat keine ahnung aber schön wie es hier noch ein bisschen qualmt das finde ich doch echt nett ok gut wir schauen mal noch weiter wir wollen weiter mann einfach weiter mann weil ich weiter kann da 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 kann man hier eigentlich mal wieder ja natürlich kann man hier mal wieder irgendwo hoch war ja klar vielleicht kann man auch hier drüben Moment hier ja ok wow sogar hier ok äh oh das war Zufall das habe ich wirklich nicht gesehen ok cool da 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 ja wo guckst du hin Junge so wirst du uns net sehen gut ähm dann sollen wir einfach mal an dem vorbei da warum nicht kommen es ist nicht unsere Schuld Boss diese Eindringlinge haben uns hinterhältig angegriffen und äh waren weit in der Überzahl da mussten wir fliehen ihr dummen Feiglinge die Blaubeerpiraten laufen vor niemanden davon das sind sie Boss sie haben unsere Verteidigungslinie durchbrochen hör auf so geschwolln daher zu gehen du bist hier nicht mehr in der Garde das sollen also die Eindringlinge sein die meine Männer getötet haben sind doch nur zwei Männer ein Weib und ein Köter den ich irgendwie Köter nenne aber egal aber Boss die sind brandgefährlich dass ich nicht lache ha 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 ihr seid ja nur alle schon wieder stockbetrunken gewesen los macht sie fertig und kommt mir dann hinterher wird Zeit dass wir unsere Ladung an Bord bringen also gut ihr habt den Boss gehört gebt euer Bestes die Überraschung und diesmal sind es zweierlei aber ich würde sagen diesen Kampf nehmen wir uns fürs nächste Mal auf für diesen Part es sollte das erstmal gewesen sein ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen hoffe ihr habt euch wieder Spaß an dem Part über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen und wir werden uns auch beim nächsten Mal wieder sehen wenn es wieder heißt Let's Play Eroberung bis dahin machts gut tschau Leute Danke.